hallo willkommen zu meinem unboxing video und ja wir haben heute eine gute band dabei ich hoffe ihr seid gespannt genauso wie ich um welche band es gehen wird und ich freue mich auf die folter spannen und dann fangen wir auch schon mal direkt an und hier ist auch schon die band um dies die woche gehen wird ectomorph reborn das neue album von ectomorph ist auch mein erstes album von ihnen ich bin jetzt genauso gespannt quasi wie ihr wie die lp aussieht und was darüber da drin ist hier seht ihr auch noch mal von napan records limitierte edition ja wie gesagt ich bin genau so gespannt wie ihr und ich würde sagen dann schauen wir jetzt auch mal rein so dann schauen wir rein wie die schaltplatte aussieht was alles der inhalt ist von ectomorph wie gesagt ist meine erste schreibplatte von denen mein erstes album und ja ich bin gespannt ja schauen wir mal auf hier haben wir auf jeden fall dann schon mal wie ihr sehen könnt die tracks um die es geht noch das zeigen kann das in der kamera zu sehen ist hier sind noch mal alle songs weil mit den kammer mit der vieh hat richtig gemacht aus und hier ist tatsächlich jetzt immer drin ich bin gespannt was das ist ja cool also fragt mich jetzt nicht wobei das gedacht ist aber ich denke mal es ist um die schaltplatte irgendwie zu schützen ja oder einfach zum drauflegen ob das noch besser aussieht das finde ich richtig mega geil was haben wir noch da drin noch ein bootleg was ich herausbekomme oder was ist das ein poster ein poster leute ein poster von ectomorph mit buntenunterschrift steht dafür kult danke kovid oder so steht da was nicht richtig richtig geil gemacht auf jeden fall ja ist das mal ein poster dabei gewesen immer noch eine unterschrift 666 umgedrehtes kreuz einfach nur geil gemacht von limited edition nicht schlecht also ich gehe mal davon aus wie gesagt das ist dafür da das ganze auf die platte legen und hier haben wir nochmal die rückseite kann man sich nochmal angucken auch nochmal zeichen von denen quasi und ja dann würde ich sagen schauen wir uns auch mal die platte an die hier so schön eingepackt ist mega geil guckt euch das an leute ich finde mal richtig cool aus freue mich schon wenn ich abspielen oder abspielen kann dafür mal richtig geil werden und ja so sieht die platte auf jeden fall aus und ja ectomorph mit reborn mega geiles muster auf jeden fall so leute jetzt habt ihr ihn doch schon mal gesehen nochmal hier cover ectomorph mit reborn lohnt sich immer zu holen leute habt ihr jetzt gesehen richtig richtig geil ja und das war es auch schon von meinem unboxing video für diese woche und ja wir sehen uns dann nächste woche wieder jeden mittwoch also fast im mittwoch versuche ich euch ein neues unboxing video zu zeigen ja das war es dann von mir leute haut rein wir sehen uns nächste woche und ja tschüss